Hallo, wir melden uns seit längerer Zeit mal wieder auf YouTube. Ja! Wir bereiten die nächsten Videos vor, zum einen für YouTube, aber Amanda hat ab sofort auch ein neues Spielzeug. Was denn? Ich möchte sagen, Amanda erweitert so ein bisschen ihr virtuelles Spektrum. Spektrum? Ja. Hast du gesagt, ich bin fett? Warum? Spektrum! Nein, Spektrum, das Spektrum, das Spektrum. Ach so? Ja. Tick-Tock? Nein, Tick-Tock. Ihr findet uns ab sofort auch bei Tick-Tock. Wir haben gerade unser erstes Video auf Tick-Tock hochgeladen. Ja. Wo wir uns so ein kleines bisschen auch vorstellen. Und die nächsten Tage, da kommt einiges dazu. Sogar Picknick wird mal zu Wort kommen. Wenn ich ihn rein lasse. Dafür werde ich schon sorgen. Also, wenn ihr Bock habt und wenn ihr auf Tick-Tock seid, wir posten den Link hier unten einfach mal unter das Video und dann seid ihr gerne dabei. Tick-Tock. Tick-Tock. Jetzt können wir es auch beide richtig sagen. Wir gucken unser erstes Video mal hier an. Aber es gibt auch ein schönes zweites Video. Ein paar Outtakes. Das findet ihr dann aber nur auf Tick-Tock. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tick-Tock. Hallo. Da sind wir. Tick-Tock. Tick-Tock. Tuck-Tock. Tick-Tock. Tick-Tock. Tick-Tick. Nein. Tick-Tock. 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 Hm? Tick-Tock. 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 Vielen Dank.